Der vielleicht schwerste Speedrun aller Zeiten. Der Weltrekord im Durchspielen von GTA 5 liegt bei 3 Stunden, 13 Minuten und 15 Sekunden. Dafür muss man einfach jeden Quadratzentimeter des Games auswendig kennen und sämtliche Spielmechaniken vollkommen aushebeln. Tiefster Respekt für alle, die das durchziehen. Der Streamer DuckDuck dachte sich aber einfach durchspielen, ist ihm zu fad und er startete die HUD-Challenge. Alle 5 Minuten hat er die HUD-Elemente von zufällig ausgewählten Spielen einfach über sein Game gelegt und am Ende sah das dann so aus. Und er hat Super Mario Odyssey trotzdem einfach in zweieinhalb Stunden durchgespielt.